Jetzt wird so ein klack 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 die ganze Zeit. Ja das habe ich auch die ganze Zeit. Bei mir wockelt das voll. Meint ihr wenn das Heavy geladen wird? Wo? Hä? Ich bin in der Lobby. Ich auch. Oh da haben wir noch eine Lobby gefunden. Oho wo wird denn da? Die sind alle fast unter mir hier. Außer einer. Oh geht los. Ich habe bestimmt viel beschissen als Team. Aufklärung abgeschlossen. Unser Feinde bestätigt. Eine Winkelkatze. Entschuldigung. Nichts besseres als eine Winkelkatze. Na echt mal. Was gibt's? Hallo? Was gibt's? Ich kenne nix. Team Deathmatch. Oh wenn wir Level 16er. Haha jetzt nicht passiert. Wir hatten einen der Stand irgendwie 16 und 15. Black Ops Slam oder Black Ops 1? Black Ops 2 meine ich. War halt so. Oh ja. Wir haben Prestigemaster 3000. Für Drasier. Wir liegen jetzt den Führung. Jawoll. Okay. Na wo ist er, hier. Ach Deco? Lade nach! Wechsel das Magazin. Hier ist die Winkelkatze! 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 Mit ihr. Mit ihr uns jungs. Ab ihn. Das ist gut ich nicht. Aaaaaaaaahhhhhhh, ein Kellner. Voll, völlig bürzig. Aaaaaaahhhhhhhhhh Okay Teamate. Er hat 30 Waffe, das Loch. der 90 verschnitt hier das ist, alle zwischenrufe die kommen äußerst ungünstig du willst du von mir? ich möchte Vanille Eis die Schokolade Na hör auf mit Schoko Gut, also dann müde mich am besten Verwendete Drohnenunterstützung Schoko verwendete drohnenunterstützung aktiv weit erledigt das geht auch gut verbindete drohnenunterstützung aktiv ein kamerad hat versänger angefordert verbindete worten unterstützung manchmal habe ich das gefühl die treff nicht treff nicht treff nicht und dann drehe ich mich um neutralisiert feind erledigt feindliche drohne sie haben die hälfte geschafft als verwendete drohnenunterstützung aktiv ein jahr aber auch irgendwie normale stufe von der wandernin also der einen für eine blaue stußwaffe die sie haben diese blaue kugel und die feindliche drohnenunterstützung ich weiß nicht was das ist die ich traf es also auf der map hier läuft das verwendete drohnenunterstützung aktiv ja alter hat er mich nicht Verwendete Drohnenunterstützung. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Bin leer, Lade nach! Bin leer, Lade nach! Oh Gott. Ich setze Granate ein. Missionserfolg steht bevor. Nein, die Missionserfolg. Wir sind mal drinnen. Wo sind die Gegner? Auf der anderen Seite, fahr! Ähm... Alter, what the fuck? Lade, was ist der denn? What? Verwendete Drohnenunterstützung aktiv. Werfe Granate. Fangen wir uns auf. Ja, Lade. Kannste sagen, dass die Granaten hier irgendwie echt strecken? Ja, Mann. Schön. Was denn? Das war ne neisere. Das war ne wenig gute Runde. Und die Waffe die Erde hatte ich nicht geil. Ey, was denn? Warum hat der 17er 51 die Abflüsse? Good player. Mission ausgeschüttet. Das hab ich nur 5. Gut gemacht. Sehr schön. Super. Nice, Alter. Geil. Got a round. Kann ich hier nicht irgendwie so was machen? Irgendwie so ne Aktion oder so? Oder? Dankeschön, sich daran arbeiten wir noch ein bisschen. Oh krass, aber ich bin Rang 4. Ja, siehst du. Eine gescheiterte Mission. Die bringt mir nur Ausrüst und die Beförderung. Meint sie selbst. Achtung. Wir haben ein neues Mission. Das ist doch ne schöne Runde die man verarbeiten kann. Richtig? Richtig. Ja, die kann man verarbeiten. Bist du noch nicht abgenommen? Sehr klar. Ja, ich bin, äh, ich bin im Lesen und Gucken und so, weil das gefällt mir überhaupt noch nicht irgendwie. Was denn? Ja, hast du aufgenommen, Mann, ne? Ja, hast du aufgenommen, ne? Ich hab aufgenommen, natürlich. Und was bringt euch das? Dass wir die ins Video schneiden können? Ach so, das meinst du. Also ich hab's dir auch aufgenommen, musst du es nicht? Ähm, ich hab jetzt noch nicht ganz verstanden, was du meintest mit du kannst da unten irgendwie so ne extra und hier Seltenheit bestätigen, das check ich irgendwie auch noch nicht. Eins anfassen. Oh, wie gut, kann man. Das geht schon weiter. Jo, nächste Runde. Landezone ist heiß. SDF Präsenz gesichtet. Bereit machen für unser Einsatz. Ist irgendwas angestört? Abgefährdung. Angestört. Team Deathmatch. Ja. Oh, ist das hier wieder so ne schwerelose Map, wo die ganzen Leichen einfach wegfliegen? Cool. Ja, wenn man dann auf die Leichen schießt, ja. Kampfsysteme aktualisiert. Online und bereit. Ich denke, das hat uns gerade die Führung gebracht. Hinter mir. Was? Oh. Hä? Hä? Was? Oh. Hä? 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 So, das war das in einem Moment zum Schlechnerin zu. Verbindete Drohnenunterstützung aktiv. Verkündete Drohnenunterstützung aktiv. Verkündete Drohnenunterstützung aktiv. Verkündete Drohnenunterstützung aktiv. Man nimmt hin. verbindete drohnen und unterstützung aktiv ich habe eine feindliche drohne in ihrer nähe identifiziert verbindete drohnen und unterstützung aktiv feindliche versänger stehen bevor so laser die über die märkte zogen und zwei dreiener aus Was ist das? 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 Ist das hier Eisgranate oder was? Drohnenunterstützung aktiv. Drohne bereit. Die Hälfte ist geschafft. Bedrohung in ihrer Nähe entdeckt. Position markiert. Ich bin nicht mal okay. Verbündete Drohnenunterstützung. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Die Hälfte ist notiert. Was ist das? Wegen. Was ist das? Das ist auch nicht der Fall. Ich bin nicht so ein Typ wie ein Leder bis dahinter. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. ... ... Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Ich habe eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Ziele, landen! Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Ich habe eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Das bestätige ich. Das ist wirklich schwerer als Jana. Weil du halt wie sofort tot bist. Ja. Für sie ist das gut oder scheiße? Im Moment finde ich scheiße. Die Sachen sind einfach. Für sie? Kann er noch nicht so sagen. Unsere Gegenspieler haben die Oberhand zurück einander. Und selbst? Schade, ich muss ja. Ich denke, das hat uns gerade die Führung gebracht. Weil es gibt eigentlich die Leute. Lade nach. Ja, das war's. Ich muss nicht Lade uns sagen. Ich habe eine feindliche Drohne, die wir verlieren am Boden. Unsere Gegenspieler haben die Oberhand zurück ein. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Aber wir wollen uns ja jetzt... Wie werfe ich hier nochmal eine Taktikgranate? War das hier? Das freut mich auch die ganze Zeit. Was bitte Chrissy? Nee. Was hast du gerade gesagt? Taktikgranate, wie? Ich habe eine feindliche Drohne, die wir verlieren am Boden. Könnte mir das eben mal einer beantworten? Was denn? Taktikgranate. E. Was für ein Knack. Nee. Taktikgranate nicht bereit. Was immer das heißt. Ihr Kamerad hat Versänger und gefeindliche Versänger stehen vor. Wohin! Wohin, Wohin, Wohin! Wohin, Wohin, Wohin! Ich bin da ja nicht. Ich bin da ja nicht. der kopf gekostet ja das finde ich auch nicht so Absolut Jungs, das ist wirklich klar Warum sterben die nicht? Scheiße! Was soll ich denn noch drauf drücken? Scheiße! Kave! Puh! Ja, so ein Aimbotter Das ist die Klasse Ja, ich weiß, ich weiß Ziel gescheitert Soll ich einen Sanitäter kontaktieren? Aber es war dennoch eine keine schlechte Runde Ein Schwede ist er also? War keiner 2119? Kalter Schwede Klasma-Granate Oh, wieder! Die kann mir schaffen können Lachen Sie das Klasma-Granate So, jetzt kann ich hier doch irgendwie aus... Ja, genau Jetzt kann ich irgendwie so... So... So, dann geht es immer schon ab Ach so Kann ich hier noch? So, dann geht es Dann geht es Jetzt geht es So, dann geht es Ich hab sie ich bin noch sehr geflasht was ist hier so alles für möglichkeiten finde ich irgendwie auch noch ein bisschen zu zu viel von allen seiten ich komme mit der mausgeschwindigkeit im moment gerade nur nicht tut den kannst du unterstellen ja schon klar ich drehe mich zu langsam aber wenn der gegner kommt ich mich zu schnell bei mir war es so wenn ich normal bewegt habe war es eigentlich ganz gut aber wenn ich rein passiert dann war es zu schnell das stimmt das habe ich runtergestellt das sind die breiten mauseinstellungen zweimal vertikal aber das an der wand laufen fand ich bei brechers 2 und eigentlich besser genannt wir liegen in führung was was alles Was der Typ nicht verrückt ist, ne? Ich bin es ja mal ein Wunder. Aber jetzt mal einfach die Explosion. Meine Arten hier, die hier drin gefüllt hat. LOL! Wie geil ist das denn? Wenn man, wenn man draußen steht, man... Seht ihr, dass sie an den Schoen sitzen? Die sind Gefängniszellen. In der Story wird man bestimmt herausfinden, warum. Ich weiß nicht, was die hier kommt. Sie sind sehr frei. Irgendwie da sind gerade nicht mehr. Ich sehe, dass da die Leute rumlaufen. Das war mir lecker, um es halt einfacher. Ich höre, dass du selber nicht so schnell gestorben bist. Ja. Und hier geht die Munition echt schnell leer. Verbündet es ohne Unterstützung aktiv. Wo treffe ich denn nichts? Verdammt. Und kann es sein, dass die Abflussklassen, die hier gespeichert werden? Also, dass der Tod quasi egal ist? Hm. Du sieben Polt drin hast? Ne. Sonst hätte ich ja schon... Bis zum Erbrechen ein Todes hier... Aber ich glaube, ich habe die Situation. Weil... Bei mir geht es weiter. Ich kann es ja auch nicht ablesen. Und ich muss mich jetzt... Schlagen auf eine andere Taste legen. Schon wieder daneben. Wie auch gemacht. Alter. Ich habe das Gefühl, hier ist, wenn ich reinlaufe... Bei! Bei! Da ist da bist du! Bei! Es gibt so eine ähm... Feindliche Drohne! Wir haben die Führung verloren! Ja! Wieso? Schuss doch auf den Kopf! Hätt ich bloß auf meine Mutter gehört, mir das nicht gekauft! Ich nehm einfach mal ne andere Schwerge. Hack-off! Bitte... Hack-off! Der Feind hat die Hälfte geschafft! Ausschalten! Feindliche Drohne! Warum seid ihr denn alle negativ? Mensch, läuft doch nicht bei euch! Das ganze Spiel läuft nicht von mir! Woah! Da kamen 3 Gegner! Also... Hattet ihr nicht dabei! Foss bei dir nicht! Alter! Alter! Es ist einfach nur noch spawnen und sterben gerade! Unterwegs! Und schon... Ey! Jungs! Alter! Spawner wird voll Granaten! Spawner wird voll Granaten! Spielern! Äh! Ne! alter! Manchmal denke ich echtes... Ich laufe hier verkehrt, ey. Ey, hier explodiert alles, man sieht nichts und dann stirbt sie einfach. Das ist doch scheiße. Das ist doch irgendetwas im Spiel. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Feindliche Drohne in Oranell. Ich finde, man ist irgendwie viel zu schnell tot. Ja, das ist doch cool. Feindliche Drohne in Oranell. Ne, die anderen sterben irgendwie nicht so schnell. Ja eben, das habe ich ja auch nicht geschafft. Trotzdem haben wir so schlecht, die im Leben langsam sterben. Wir verlieren Druck. Was ist das denn hier, Alter? Was kommt denn da jetzt am Problem? Ja, aber es ist gut. Feindliche Drohne. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab... So scheiße. Ich hab... So scheiße. Okay. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Boah, dann macht diese Sonderwaffe auch noch... Du springst gegen die Wand und die Sonderwaffe geht einfach mal nicht mehr. Erst wenn du widerstehst. Ja. Was ist das? Was ist das für eine Aura? Was ist das? Nee, das kriegst du durch diese eigene Fähigkeit. Hier ist mal wenn du jemanden killst. Mission gescheitert. Nächstes Mal sind wir besser vorbereitet. Ja. Weil die scheinen recht OP zu sein ist mir aufgefallen. Ja, aber die sind irgendwie automatisch angesiedelt oder so. Quatsch. Gut gemacht. Nein. Ich hab so ein komisches Haftgerät. Eine Suchergranate freigeschaltet. Autonomes Haftgerät. Das Gegner in der Nähe sucht und explodiert. Aha. Was für den denn? Ja, du wirfst es hin und es läuft zum Gegner hin und explodiert. Hm. Ah ja. Ich bin jetzt erstmal weg. Okay, also das... Ich hab gerade mal nachgelesen. Diese komische Aura, ne? Das, was ihr meintet. Das ist die Taktikgranate. Das ist das Sonargerät. Aktive Sonaranlage, die Feinde anhand der Wärmesignatur aufspürt. Bin ich erstmal weg bis später? Ein Sniper mit Automatik? Was? Warte mal, lese ich das gerade richtig? Wahrscheinlich. Mir nach in 10. Wurde gerade sagen, so kann man da nicht falsch lesen. Die Haftgranate ist, äh, die Plasmagranate ist die neue Semtex, ne? Sieht so aus. Ne, die Plasmagranate ist doch so ein Ding, was Feuer macht. Die Unser bezahlt uns, bieten wir ihnen eine Show. Oh, ist das die neue Semtex? Die neue Semtex. Ist also, sie funktioniert gleich. Die Semtex, das was? Team Deathmatch. Doch, doch. Hä, okay, gut. Sorry, aber die explodiert ja, macht dann so ein Feuerding, ne? Hatten wir ihn gerade eben schon? Boah. Boah, aber das ist krass. Okay, Scars, rein da! Ja, okay. Ja. Ich fühl sie sich nicht gefesselt. Och, nein, ich fache das. Ich finde die Grafik echt gut. Wir legen in Führung! Okay, dann. Wir haben die Grafik echt gut, aber das Overlay drumrum. So wie die Sache angezeigt wird, die Munition angekalt wird, finde ich absolut schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir absolut nicht. Wir haben die Führung verloren! Oh Gott, ich fache... Oh Gott, ich fache... Okay, da kann man, außen kann man nicht an der Wand lang laufen. Wahrscheinlich. Nö. Das ist total krass. Ich weiß nicht, dass wir die Pistole durchlesen. Also da hinten... Ach so, da war so eine Laser-Pistole. Quasi einmal Batterien wechseln. Das glaube ich, die Falle haben, dass wir ein bisschen viel in der Pistole gebaut sind. Ja, in dir ist das doch extrem. Feindliche Drohne! Immer noch! Ja, ich spiele auch im Zwischenzeit seit... ...zwei Wochen, eine Woche, drei Wochen. Daran gebe ich ja wieder eins. Verbündete Drohnen-Unterstützung aktiv! Okay, dass die Gegner von hinten kommen, das checke ich auch noch nicht. Da ist die Ladder! Was ist denn die Scheiße? Oh, das war die Scheiße! Aber regeneriert man sich ja nicht wieder voll? Da habe ich irgendwie auch das Gefühl, irgendwie nicht. Ne, hab ich nicht. Feindliche Luftschläge, in Deckung! Verbündete Drohnenunterstützung aktiv! Keine Ahnung, eine Drohne oben, ne? Die sollen da ein Luftschläge zu nehmen. Ich will das gar nicht. Feindliche Drohne! Ich weiß jetzt. Feindliche Drohne in Eurer Nähe! Ich kann es aber behalten, aber dafür brauchen wir viel mehr Funken. Bewegung auf dem Geltungsfeld! Ja, das ist es glaube ich auch schon als Speise. Ah, das ist so gut. ich dachte die waffen zielt automatisch verbündete drohnenunterstützung aktiv wir liegen in der führung schütze auf dem mittleren weg verbündete drohnenunterstützung aktiv wir haben die führung verloren feindliche drohne feindliche drohne in eurer nähe verbündete drohnenunterstützung aktiv der ist schnell ne ich brauche einen langsamer Rückweg das ist viel schwer ich schließe bei dem ziel an ich dachte bei einem langsamer ja, bei dem ziel ein ist das dein Ernst? was? ich bin beschissen ich bin beschissen ich bin beschissen ich bin beschissen ich glaube der Typ hat da was an feindlicher Warden nähert sich Deckung Ragnar bin dabei feindliche Luftschläge in Deckung Ok brauche ich ein Problem ich fühlte mich 4وج wir verlieren Trupp Liberty k k mehr da muss nicht so Feindliche Drohne in Oranäa! Mission gescheitert! Nächstes Mal sind wir besser vorbereitet! Ich hab bloß sicher das Gefühl wir haben nicht 1 gewonnen. Doch, 2 haben wir gewonnen. 1. Oder 1. Also gewonnen hab ich keins. Gefühlt hab ich nichts gewonnen. Na gut, aber irgendwas Steißes zurecht. Überlegen wir was nicht funktioniert hat und ändern es. Oder? Pff, keine Ahnung. Ich benötige Ihre Aufmerksamkeit. Das Kommando schickt eine neue Mission an.